In Deutschland findet jährlich ein lustiges Minitheater rund um das Unwort des Jahres statt und ich habe eine steile Theorie dazu, was der wahre Motivator dieser Propagandaposse ist. Eine kleine, strammlenke und also wahrscheinlich weltfremde Akademiker-Clique legt fest, was angeblich dieses Unwort des Jahres ist. Staatsfunk und regierungsnahe Medien verbreiten dies dann als sei es eine echte Nachricht, wie ein Erdbebenausbruch, wie ein Krieg oder wie die neueste WHO-Planung. Dass irgendein altlinken Stammtisch ein Unwort des Jahres bestimmt, das ist an sich etwa so bedeutsam, wie wenn du und ich und den Nachbar Hans-Peter dies beim Bier in der Kneipe täten. Eine Nachricht wird dieses Unwort des Jahres erst dann und nur dadurch, wenn und dass der Staatsfunk es eben zur Nachricht aufbläst. Am Unwort des Jahres aber können wir seit mindestens einem Jahrzehnt zuverlässig ablesen, von welchen Wahrheiten die deutsche Propaganda nicht will, dass über sie gesprochen wird. Lasst uns mal, es ist durchaus lustig, schnell mal die Unworte der letzten zehn Jahre abgehen, ausnahmslos. Man will nicht, dass die Deutschen sich dessen bewusst sind, dass viele angeblich Hilfsbedürftige nur nach Deutschland kommen, um gratis Geld zu kassieren. Wenn es aber ein Unwort ist, es Sozialtourismus zu nennen, wenn etwa Ukrainer sich eine Gratiswohnung in Deutschland nehmen, diese nur wenige Tage im Monat bewohnen, während derer es gratis Geld gibt und dann wieder nach Hause fahren, wie sonst soll man es nennen als Sozialtourismus. Ich meine, mir fallen noch andere Wörter ein, aber die sind nicht weniger scharf. 2014 Lügenpresse. Zur Absurdität unserer Zeit zählt auch, dass bereits in der Begründung für dieses Unwort halb gelogen wurde. Es wurde die obligatorische Verbindung zur NS-Zeit gezogen. Klar, dabei ist Lügenpresse, ähnlich wie Altparteien, zuerst ein stramm linkes Wort. 1924 titelte etwa die kommunistische Neue Zeitung, Zitat, hinaus mit der bürgerlich-kapitalistischen Lügenpresse. Sogar zuvor beim Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands wurde Verbatim gegen die Lügenpresse der Bourgeoisie gewettert. Wenn die Jury des Unworts des Jahres, also Lügenpresse, als rechts verortet, dürfen wir ihr dafür danken. Damit segnen sie quasi akademisch ab, dass rechts und links die Bedeutung getauscht haben. Danke dafür. Im selben Jahr, für welches Lügenpresse zum Unwort des Jahres deklariert wurde, wurde übrigens ein gewisser Klaas Relotius ausgerechnet von CNN zum Journalisten des Jahres erkoren. Einer seiner vielen Journalistenpreise und mehr muss man zum Unwort Lügenpresse hier auch nicht sagen. 2015, das Unrechtsjahr. Ausgerechnet 2015 wählte man das Unwort Gutmensch. Eigentlich ist Gutmensch ein relativ modernes Wort für Heuchler und Pharisäer, ein Begriff, den Jesus schon verwendete. Die derart Bezeichneten bestehen aber heute darauf, dass es guter Mensch bedeutet und außerdem, dass Zitronenfalter tatsächlich Zitronen falten. Im folgenden Jahr dann erklärte ein Kardinal Woelki sich selbst sehr öffentlich zum Gutmensch. Er sprühte sogar das Wort Gutmensch auf die Bodenfliesen im ummauerten, gesicherten Park der kirchlichen Residenz. Mutig, mutig. Mehr muss man aber auch zum Unwort Gutmensch hier nicht sagen, außer vielleicht zu fragen, womit war Kardinal Woelki zuletzt sonst noch in den Nachrichten? Nun gut, 2016 dann Volksverräter. Ähnlich wie bei Lügenpresse und Gutmensch könnten wir auch bei Volksverräter den Verdacht hegen, dass sich das Establishment von diesem Wort ertappt fühlt. In der Begründung wird notiert, dass dieser Begriff häufig demokratisch gewählte Politiker attackiert. Wenn die Juroren meinen, eine demokratische Wahl verleihe einem Politiker die metaphysische Unfähigkeit, das eigene Volk zu verraten, sollten wir denen dringend die Lektüre eines beliebigen Geschichtsbuchs nahelegen. 2017 alternative Fakten. Mit alternative Fakten wird die Ironie der ganzen Unwortaktion extra deutlich. Fakten, welche belegt und dokumentiert sind, die aber die von oben festgelegte Wahrheit hinterfragen, sind alternative Fakten und damit irgendwie böse. Man muss der Jury entschuldigend zugutehalten, dass der Relotius-Skandal erst im kommenden Jahr ans Licht kommen würde. 2018 Anti-Abschiebe-Industrie Was genau wollte man mit der Ausrufung von Anti-Abschiebe-Industrie als Unwort des Jahres erreichen? Wollte man leugnen, dass es sie gibt? Wollte man leugnen, dass sie zum Teil von US-Milliardären gesponsert wird? Wollte man leugnen, dass sie mindestens unausgesprochen mit Schleppern kooperiert? Dass deren Akteure immer wieder offen das Ende traditioneller westlicher Gesellschaften zum Ziel erklären? Ach ja, die Zuckerwatte-Realität des akademischen Elfenbeinturms, ein Unding, sie mit faktischen Fakten zu verunsichern. 2019 lachte und wunderte sich die restliche Welt noch über die deutsche Klimahysterie, also wurde Klimahysterie zum Unwort erklärt. Heute hat man sich mit dem wirtschaftlichen Suizid Deutschlands im Namen des Klimas weitgehend abgefunden und man verdient Geld daran, etwa indem man schmutzigen Strom nach Deutschland verkauft. Klar, dass es gewissen Kreisen unlieb ist, wenn und dass das ausgesprochen wird. 2020 gab es gleich zwei Unwörter des Jahres. Einmal die Rückführungspatenschaften und einmal Corona-Diktatur. Aus dem akademischen Elfenbeinturm und vermutlich aus den abbezahlten, luxusrenovierten Altbauwohnungen schimpft es sich komfortabel über zaghafte Versuche der Politik, die Migration in Deutschlands Krisenherde dann doch etwas abzubremsen. Geschenkt. Corona-Diktatur aber ist ein Unwort im klassischsten Sinne. Das Establishment markiert eine Wahrheit, von der man nicht will, dass man über diese spricht. Immer wieder charmant finde ich es auch, wenn Wessler den Ossis erklären, ob und wann sie sich nicht an ihre reale Diktaturerfahrung zurückerinnert fühlen dürfen. 2021 Pushback. Ein weiteres Mal beschwert man sich aus dem akademischen Elfenbeinturm, dass die EU ein bisschen dafür tut, den Flächenbrand in Europas Krisenzonen etwas langsamer um sich greifen zu lassen. Zerbrechende Gesellschaften, sozialer Kollaps, Gewalt und Verbrechen. Das alles interessiert die Elfenbeintürmler nicht. Wir gähnen, allerdings gähnen wir etwas genervt. 2022 Klimaterroristen. Auch Klimaterroristen war wieder ein klassisches Unwort. Es markiert eine Wahrheit, von der bestimmte Kreise nicht wollen, dass sie ausgesprochen wird. Wir kennen ja die Redensart, des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Wir sollten also wohl nicht Klimaterroristen sagen, sondern aus dem Ausland finanzierte, den Tod von Menschen in Kauf nehmende, demokratiefeindliche und aus irgendeinem Grund nicht selten rasend antisemitische Klimafreiheitskämpfer. So besser? 2023, dann, jetzt, Remigration. Es ist wieder ein klassisches Unwort des Jahres. Eine Wahrheit und eine soziale Notwendigkeit, von der die Propaganda und offenbar auch der akademische Elfenbeinturm nicht wollen, dass man sie ausspricht. Remigration. In der Begründung bedient sich die Jury eines manipulativen, klassisch linken und inzwischen etwas abgegriffenen rhetorischen Tricks. Man unterstellt dem politischen Gegner eine böse Absicht und dann begründet man die eigenen Entscheidungen mit der bösen Absicht des politischen Gegners. Komplizierter Satz. Am Rande spricht deren eigene Publikation da wirklich von sich selbst in der dritten Person? Die Jury kritisiert? Der Duschan Wegner findet das lustig. Diese Rhetorik ist derart übertrieben links verlogen, dass ich schmunzeln musste. Und dann erfuhr ich, wer diesmal der Gastjuror war. Und da musste ich buchstäblich laut lachen. Es war Ruprecht Polenz, jener ehemalige CDU-Generalsekretär, der auf X, ehemals Twitter, den Ultralinksgrünen markiert. Online pöbelnd und randalierend gelingt ihm das bemerkenswerte Kunststück, den linken Flügel der Grünen und die unbenannte SED links zu überholen und regelmäßig zu überrunden. Und auch Polenz lässt sich zitieren mit den wahren Absichten seiner Schreckgespenster. Das Unwort des Jahres ist heute eine jener Institutionen im Propagandastaat, für die Posts gesetzt gilt, wonach besonders im Internet das Extreme und dessen Parodie ohne weitere Kennzeichnung nicht zu unterscheiden sind. Übrigens sind auch die Plätze 2 und 3 dieser Wahl zum Unwort des Jahres sehr bezeichnend. Auch diese markieren, was etablierte Kreise offenbar verschweigen wollen. Übrigens, es ist keine Zuschreibung von Absicht, wenn ich sage, dass die es nicht wollen, dass man diese Begriffe verwendet. Schon die Vokabel Unwort sagt es explizit. Platz 2 dieses Jahr ist Sozialklimbim. Gut, ich habe dieses Wort noch nie gehört, aber es heißt schon, im Elfenbeinturm will man nicht, dass die Sinnhaftigkeit einzelner Sozialleistungen debattiert wird. Soweit, so links geschenkt. Aber Platz 3 ist interessant. Heizungsstasi. Zitat Das Wort dient der populistischen Stimmungsmache gegen Klimaschutzmaßnahmen. Klammer auf. Gebäudeenergiegesetz. GEG. Klammer zu. Diese werden als diktatorische Repressionen dargestellt, die gegen das Wohl der Bevölkerung durchgesetzt werden. Zitat Ende. Die Jury zum Unwort des Jahres könnte sich an diesem Punkt nicht deutlicher als politisch und parteisch outen, selbst wenn sie einen Parteimitgliedsausweis auf Instagram posten würde. Ja, das ist aber weitgehend richtig, was sie über die Klimastasi sagen. Natürlich bis auf die Klimaschutzmaßnahmen. Die Wände an Deutschlands Einfamilienhäusern verschimmeln. Arme Deutsche werden buchstäblich erfrieren, weil Stromheizen erst erzwungen und dann unbezahlbar gemacht wird. Doch das alles hilft dem Klima genau gar nicht. Freunde, ich weiß nicht, ob die Jury auch den Streisand-Effekt fürs Unwort erwogen hat. In mir wächst aber der Verdacht, dass das Unwort des Jahres im Kern ein genialer, subversiver Akt ist. Über den Umweg des vorgeblichen Dagegenseins wird einer unbequemen Wahrheit ein breites Publikum verschafft. Die Werkzeuge und Verbreitungswege des Propagandastaates werden gegen diesen selbst benutzt. Ich bin kein Linker, jedenfalls nicht im heutigen umgekehrten Sinn. Also bin ich sehr vorsichtig damit, dem Debattengegner eine Absicht oder einen Vorsatz zu unterstellen und sei es heimlich gute, ja allerbeste und dazu brillante, schlaue Absicht. Vielleicht ist aber Ruprecht Polenz ja in Wahrheit ein konservativer, rationaler Knochen, der sich einen Spaß daraus macht, linksgrüne Überdrehtheit zu parodieren. Und vielleicht lacht Herr Polenz jeden Abend heimlich, aber laut, ähnlich wie ich über seine Rolle als Gastjuror gelacht habe, ein wahres Schelmenstück womöglich. Und er fragt sich, wie kreischend und überdreht er dennoch auftreten muss, bevor seine politische Aktionskunst als solche auffällt. Es spielt für den Effekt noch keine Rolle, ob dies oder das Gegenteil deren Absicht ist. Ich bin der Jury zum Unwort des Jahres so oder so dankbar. Durch ihre links gedrehte Überdrehtheit markiert die Jury auch dieses Jahr ein wichtiges Thema. Denn ohne Remigration oder wie Kanzler Erinnerungslücke sagt, Abschiebung im großen Stil, werden bald alle deutschen Wörter und Wörter des Jahres sein. Liebe Jury, fragt euch mal, ob eine Taliban-Regierung noch akademische Germanisten finanziert. Danke also für die wichtigen Hinweise, liebe Akademiker, ob ihr es so oder ganz anders gemeint habt. Und danke für die Lacher. Soviel für heute. Ich danke für euer Mitlachen, für eure ernsten Gedanken und für eure regelmäßige Unterstützung meiner Arbeit. Ich meine, Arbeit wäre für gewisse Kreise wahrscheinlich auch ein Kandidat zum Unwort des Jahres.